So, kurzes Video aufnehmen. Summer Skirmish war, Zai und ich, Top 20 hätte 6000 Dollar gegeben. Wir machen Platz 22. Moin Leute, 22 hier. Beste Runde mit 7 Kills. Leider hat ein anderes Team 9 gemacht, sonst hätten wir da auch einen Bonus bekommen. Aber 7 Kills in einem Turnier mit den besten Spielern Europas, halte ich mal für ziemlich gut. Viel Spaß mit der Runde, Kuss aufs Auge und euch noch einen schönen Sonntag. Kuss aufs Auge. Kuss aufs Auge. Friesen. Er landet auf der Piste. Lull. Geil, der Sniper. Ich habe Minis. Willst du einen abhaben? Na ja, gleich. Ich habe Minis gefunden. Top, Bro. Top. Einfach geil. Willkommen in der Runde von Miki TV. Willkommen in der Runde von Miki TV. Kannst du mir nicht stacken hier? Jetzt fahr mal da. Jetzt müssen wir warnen. Ich geh rüber zum Haus. Wir fahren hier jetzt, ne? Ja. 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 Ich hab Milis mitnehmen. Ich hab Milis mitnehmen. Ich hab Milis mitnehmen. Ja nimm mal meine Milis mit, Bro. Prob ich dir hier zwei Stück. Muss die Blaue M16 mitnehmen. Die haben den Rifter benutzt. Ja, wollen wir gucken nach denen? Ja, da ist noch ein Rift. Die Flieher, die benutzen den anderen Griff auch noch. Ach. Wir machen das, dass der Rift weggeht halt. Keine Idee, gute Idee, Bro. Keine gute Idee, Bro. Keine gute Idee. Lass mich doch schießen, Bro. Wohin? Hä? Jetzt haben die gehört, ne? Haben die gehört, ja. Wie du willst, Bro. Wollen wir nach Süden? Das Gefühl, dass die Zone in Süden geht. Ja, go. Die Zone kommt jetzt. Einfach wieder High-Ground holen. Chillen. Ein Jagdgewehr ist hier. Ja, ich hab ne Sniper, normale Bull. Okay. Wenn du willst, wir können einfach oben auf den Berg zum Beispiel. Ja, dann campen wir da. Ja. Ja. Auf der Brücke? Ich kann schießen. Ja, mach. Soll ich? Ich hab Minis hier. Kannst du auch nehmen. Ja, die sind da unten. Die sind da unten. Die bauen da ab. Wenn da einer stehen bleibt. Oh, ich will den hitten. Schade. RIP. 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 Pätze warten so ein bisschen. Verschränkt ein gutes Material. Ist das egal? Wow. Ab geht es? Für diese Pushenlinge. Hallo. Spannender wurde auch heftig gebaut. Ach man. Warum ist das kein Headshot, Alter? Hätte ich gepusht. Ja. Der wäre ja auch gepusht. Jetzt komm mal, die bauen jetzt dahin. Ja. Erzählen sie sich, wie die kleinen... Hinter uns auch ein Türmschiff. What the fuck, der. Ja. Ey, die brauchen so viel Mads. Ich frag mich, woher die die alles haben. Ja. Wo? Was denn? Auf 30. Ich weiß 30. Türmschen. Die kommen jetzt wieder zurück, Micky. Ey Bro, hast du Sniper Money? Ja, ein bisschen. Warum? Hier, mehr kann ich nicht drücken. Ja. Da ist auch noch eine hoch, Bro. Bro, spring einfach. Komm her. Laufen beim Haus. Wo? Im Haus. Verputten Haus. Habe ich ihn gehittet? Wirklich? Ja, aber... Krank, Bro. So. Wie die pushen, die haben keine Mads, glaub ich. Hab ich ihn gehittet nochmal? Ist das dein Ernst? Ey, wie viel Hits will er noch vertragen? Ey, Bro. Der ist zu hoch. Ey, Bro. Gegner 150. Wow, Hit. Hit, hit, hit. Herrlich. Mann, die anderen sind weggekommen, Mann. Mit so laut. Hit. Oh mein Gott, überall, Diggi. Überall Hits, Bro. Überall Sniper Hits. Überall. Ja, keiner fällt um. Das ist immer das Beste, Digga. Einer unter uns, wie gesagt, unterm Berg. Den können wir locker holen, Bro. Wo, Diggi, wo? Hier unten. Da sind zwei gewesen. Hat Hit? Denkst du? Ja. Bro, der ist... Schön. Wir können wieder auf den Berg. Wir haben da noch High Ground. Ja, go. Wollen wir? Ja. Okay. Cyber Bullets, bisschen 20. Ja, gut. Ich kann 10 geben. Mehr auch nicht. Gut. Sorry, Bro. Komm rein. Da können wir Kills abstauben, Bro. Wie kann ich den nicht treffen? Oh, Bro. Wie kann ich den nicht treffen? Mein Gott. Habt ihr ihn gehittet? Neben uns von vorne geht das Auto. Irgendwo? Oh, ja. Glaube ich. In der Zone, oder? Ja, in der Zone. Unter uns? Irgendwo? Keine Ahnung, Bro, wo der ist, Mann. Bro, da unten sind Free Kills. Er ist unter uns. Er ist unter mir, Bro. Hello. Nice. Die sind noch in der Zone, Digga. Was? Was? Ne, vor mir, vor mir. Unten. Zwei. Aber ich scheiß auf die. Bro, unter mir auch noch. Nordosten. Ja, ein bisschen langsam, irgendwas. Irgendwas machen, Bro. Unter uns auch noch einer? Wir müssen los. Rechts unten, oder? Ja. Die müssen wir holen. Schön. Bro, komm, zwei Kills noch. Ach, bitte. Er hat keine Mets, Bro. Er hat keine Mets, ne? Wir brauchen einen Mets, Bro. Gegner direkt vor uns. Ja. Er hat ihn da irgendwann übermacht. Wir brauchen Mini-Schilde. 1A. Du hast mich gut ausgesperrt. Ich bin down, aber er ist auch super low. Bro. Er hat gute Hits. Bro, falle oben, Bro. Baut sich hoch. Ich bin am Leben. Er ist oben mit der Aja. Heilt sich jetzt, du kannst schießen. Ich bin am Leben. Hol ihn bitte, Bro. Ja, hol mich. Oh mein Gott. Digga, Bro. Du bist ne fucking Legende, Junge. Mann, Bro. Ich hab keine Mets mehr. Ich schwitze. Ich schwitze. Ich schwitze. Haben wir fünf Kids? Bro, wir haben fünf Kids! Ja! Bro. Verdammte Scheiße. Hast du Mets? Hast du irgendwas, Bro? Nein, Bro. Echt nicht? Nein, Bro. Bandage muss ich nehmen. Hier sind auch Bandage. Komm Bro, High-Skill-Round. Gibt auch noch nen Bonus. Zieh durch. Dinger, wieso ich schon fahren? Bro, ich hab keine Mets, ne? Ja, ich auch, Digi. Die Einzige gehört, dass wir die pushen da oben. Chill, Bro, chill. Ich hab keine Farben, Digi. Komm hier, kommt hoch. Hab einen. Der ist über uns, der ist über uns. Der ist hier unten. Hab ihn. Nice, Bro, nice, nice, nice. Ich hab keine Mets mehr, GG, Bro. Hier, hier sind, hier sind, hier sind. Wie viel hast du noch? Gar nix. Komm zu mir. Ich teile. Bro, ich hab geteilt. Bro, das geht nicht. Na komm. Einen fliegt mit einem noch wenigstens. Ne. Geil. Sieben Kills. Sieben Kills. Sieben Kills, Digi. Puh. Du bist mal auf. Wenn du seid, dann kommt ein bisschen mehr ab. Du bist auf, habe ich auch mal... Ich bin ja auch nicht. Du bist hier. Du bist hier. Vielen Dank.